5-4 ohne Thema. 5-4 ohne Thema. Kein Zehmal. Wer darf von euch beiden anfangen? Gigi von da. Zug, wo sind die Hände? Hey, wie hat mich der Zpern noch geschlagen, Mann? Der braucht keine Gurt. Der braucht ein Magenband. Hey, klar, es ist lässig. Er ist schon fett. Nur, dass es nicht sein Rap ist. Er wird mir meinen Titel nicht nachher Maus vergessen. Was er braucht? Einfach nur ein Faust in die Fresse. Und du weisst, man, ich hasse dich. Ein Faust in die Fresse. Ein Lyric, ich verpasse dir. Wow, Essit. Stroopi-Bars. Was der Typ braucht, ist ein Faust in den Arsch. Hey, klar, dann kann er berühlen. Das trauriger ist, er würde die Scheisse auch noch geniessen. Battle Shit und du weisst, dass ich da flow. Ein Faust im Arsch. Ich glaube, er hat schon mehr davon. So, yeah. Drum, ich finde das schlimm. Hört den Faust im Arsch. Hört doch mal seine Stimme, Essit. Hey, Leute. Kommt ehrlich, dein Schlitter Shit. Ich schaue ihn an und ich denke an einen Titterfick. Hört den Warmer, ein Stiefen. Nein, sorry. Alter, ich kann es heute noch nicht begreifen. Ja. Und du weisst, dass er runtergeht wie der Bundesrat. Hey, er ist nicht aus wie seit zwei Wochen tot. Und du weisst, ich rappe sicher. Hey, schaut mal. Der Ötzi lebt wieder. Yeah. Hey, und die Hände da draufgewogen. Ich bin gestorben. Warum er ist auf mich draufgeguckt. Oh. Hey, cool, Mann. Es bleibt weit. Ich bin Ötzi. Arschcool. So wie deine Zeit. Du weisst genau, Mann. Ich rhyme den ganzen Tag. Ich hock auf dich und du wirst eins mit dem Asphalt. Yeah. Und du weisst, ich bin eher Shit. Du weisst, die C.O.R. wird heute noch beerdigend. Ich haus den Typ. Er ist da so am hämplen. Ich hocke auf sein Gesicht und ich singe La Bamba. Hör ein Wort, Mann. Vergiss den. Den Typ musst du auf die Perm gar nicht mehr mitnehmen. Yeah. Du weisst, ich spiele sie dort ab. Er hockt auf mich. Dann sieht Luca, sagt, ich habe einen Deal da auf dem Kopf. Yeah. Und du liebst dich nicht selber. Der fucking Dildo erschiebt sich selber. Ding, dong, 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 dong. So, mach mal Lärm an. Hu, 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 hu. Es geht über drei Runden an. Wer hätte die erste Runde für sich entscheiden können? Ja. Haben Sie das nicht gewusst, dass es über drei Runden geht? Ja, das ist super. Okay, einzeln. Äh, C.O.R. Yes. S.T. C.O.R. Die erste Runde geht an C.O.R. Gigi legt vor. Ess jetzt fasst du an. 5x4 Bars. Kein Thema. Macht euch weh. Okay. Ja, 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 ja. Check es aus. Ja, ja, ja. So, kommen wir mal vorne, ja. Check es. Yeah. Okay. Ja. 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 Jajaj Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. weil er das Vergnügen hat. Ja klar, und das mag ja schon aus, er hat in Bern gegen den richtig verlorenen Homie. Ich habe keinen Platz, sorry Essit für die ganze Szene. Zweiter Platz. Ja, und tut mir leid, ich rappe, ich fühle sick. Hey, und du weisst, du bist nicht mein Homie, aber ich peddle dich gleich, Essit. Hey, du musst, Gabriel, er ist relativ gross, aber du weisst, du wirst niemals das sich drehen. Ich habe meine Rhymes, und hau sie dem schnell um die Ohren. Danke Essits, danke dir, dass Bern an Stellenwert verloren wäre. Vielen Dank auf unsere Szene, fuck you, Essit, nur noch ablehnen. Ja, du weisst, ich rappe, ich bin so tüchtig, und ein COR tut mir leid, er ist eiversüchtig. Und du weisst, ich bist alles tot, tut mir leid, Homie, du hast doch keine Chance. Hey, sorry, schau, das Level ist gleich, Alter, gewinnt zum ersten Mal so viele Battles wie ich. Hey, klar ist er jetzt gerade rausgehakt, gut, du hast zwei A und eins davon ist Salty, mate. Ja, du weisst genau, ich bin eben zu fett, und der Bitch ist so dumm, als hätte er seine Tage. Was soll das, Mann, du verblühtest noch? Ja, du weisst, ich servierst in ein Vergnügen, Hons. Hey, der erzählt mir riesen Scheiss, er hat Bern. Ich lebe direkt vergleich drei zu eins. Sorry, Mann, Mann, vergiss den, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, gar nicht mehr mitnehmen. Ding dong! Oh! Ding dong! Oh! Ding dong! 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 C.U.R. Weisst du das für ein Halbfinal gewesen, ja? Halbfinal, Halbfinal. Riesending! Erste Stimme von Schweiz. Geht der C.U.R. C.U.R. Yeah! C.U.R. 2-0! Zwei Runden, oder? Zwei Runden, ja? Zwei ist weiter. Mach den Lärm für den SCT, für den Titelverteidiger! Fette Leistung, geiles Halbphänomen! Gib das Leben besser! So muss es weitergehen! Also, eins ist klar! Es ist fair! Eins ist klar! Eins ist klar! Es gibt einen neuen Namen auf dem Gürtel! 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 Das ist Emma Brooklyn, Mann! So sieht es aus! Ich würde noch etwas sagen, vor dem der Baldi angerufen. Was hat der Baldi gemeint? Der Baldi hat gesagt, hey, Lukas, ich höre ihn an, wegen Livestream, Battleshit und so. Warte mal! Wissen Sie, wer der Baldi ist? Das ist eben das unbekannte Alte mit den Bären organisiert. Anscheinend hat das die SCT angewohnt, aber pfff! Eben genau, ja! Er hat angerufen und gesagt, hey, Scheisse! Es läuft ja sehr geil bei euch! Es geht voll ab! Weisst du was, dem Gewinner geben wir ein Ticket! Da habe ich gesagt, hey, weisst du was? Dem Gewinner geben wir ein Ticket! Weil erstens sind wir alle interessiert! Zweitens, mach mal einen Gürtelalter! Mach mal einen Gürtelalter! Wer findet das Alte mit den Bären? Braucht auch einen Gürtel? Nein! Scheiss drauf! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja!